So, ich muss noch auf die Toilette! Ihr habt doch bestimmt noch kurz Zeit. Schon wieder da oben. Ah, Metti hat sich wieder zwei Sachen rausgenommen. Ja, natürlich. Du musstest jetzt eigentlich Haribo überlassen. Ah ne, war Haribo der meiste von uns. Ja, ich habe am wenigsten Verteidigung ins Mainz. Ich habe am wenigsten Haribo gewonnen. Ja, ich verstehe das nicht. Ja, aber nutze ich ja bei Haribo nicht. Wenn er gewonnen hätte, fährt, dann bringt der Haltung auch nichts. Also von daher. Kann ich ja direkt nackt kämpfen, ey. Ja, mach mal. Soll ich das nächste mal? Beim nächsten Versuch, ich ziehe keine Rüstung an. Oh boy. Geht das überhaupt? Ja. Echt? Ja, also du rennst nicht nackt rum. Vielleicht hast du dann, glaube ich, ne Boxershot oder whatever. Ah, stimmt. Diese Kleidung, die man am Anfang ausgesucht hat. Ja. Waren hier nicht noch irgendwo diese Viecher? Und den habe ich noch einen Tag gebraucht. Nehmen wir, was du kriegen kannst. Die Ameisen, wo waren die denn nochmal? Boah, die sind überall und nirgendwo. Ganz am Anfang. Weißt du noch, als ich sagte, guck mal hier sind die Ameisen. Da waren die. Ja. Ich weiß. Oh. Falsch. Hab ich gesehen. Erze! Erze! Ah, Kapalitärzt bekommen. Da blitzert doch irgendwas. Lass mal hin und rennen. Was sagt denn? Oh, ne Trainer. Oh, ich hab ne Schuppe. Ich hab bald mehr Materialien von dem, als die Quest wahrscheinlich gibt, ey. Ich kann mir bestimmt die komplette Rüstung schon anfertigen. Das hättest du gerne. Oh, man, ich wollte gar nicht gerne. Wollte kein Potion nehmen, ey. Ja, hätte ich schon gerne. Ich muss jetzt. Das wird vier nicht ewig sehen. Oh, aber das war gar nicht so viel Scham. Oh, ja. Oh, ja. Woah. Scheiße? Ja. Genau. Oh, ja. Na, einfach mal gesehen. Oh, ja. Oh, ja. Saut up. Ja. Ich seh's. Ja, okay. Ach. Ja No more Mr. Nice Guy Was? Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung Der ist einfach über mich drüber gelaufen Ich weiß doch nicht Ich weiß nicht mal was mir passiert ist Das ist wahrscheinlich die Attacke Die auch Haribo unabonniert Alter was ist das denn Ich verstehe das nicht Ich auch nicht Das ist doch ein schlechter Scherz Also es kann doch nicht sein Dass ich einfach von dem so gewonhitted werde Von irgendeinem Ich meine das sah doch nicht einmal Nach einem dicken Angriff aus Es ist einfach über mich drüber gelaufen Und vertot Das ist nicht lust Das fackt mich gerade voll ab Okay Dann bin ich da nicht schuld Boah Aber die hauen jetzt echt schon rein Die Monster ne Das kann doch nicht sein Dass er trotzdem so abfuckt ey Ach komm Ich komme im Hiring Aber kann doch nicht sein Dass er einfach über mich drüber läuft Das ist ja nicht Ein starker Angriff Der Also schon Aber der Das ist doch nicht Der läuft mich einfach über mich rüber Instant Das geht doch nicht ey Das ist schon heavy ey Ich meine ich wüsste nicht mal was ich Ich wusste nicht mal was passiert ist Ich bin einfach umgekippt Das heißt wie soll ich mich denn dagegen verteidigen Wenn ich mal weiß was passiert Kann ich mal sagen Das ist ein Angriff Guck mal der hätte man hinten können Das ist ein Flammenstrahl Nicht dieser Ich laufe jetzt über den U-Bout Bei uns tot Ach ich mich selber Oh Magst du das nochmal sagen Das ist ein Angriff der One Ja Ich mach ich gleich Wenn du wieder da bist Ach man Ist das? Wow Also ich glaube Wenn wir den jetzt echt nicht wieder verkacken Dann Weiß nicht Wäre vielleicht echt ne Weiß nicht Guck ich mal nach ner Rüstung Die Eines der Monster Aus dem Ranked davor Die man herstellen kann Wo das ist ja nicht normal Ey Das ist einfach auch einfach schlecht Das geht Dude Damit last ... Ich mache jetzt ... N でしょう S博 ... ... ... Bin ... oh oh it's mine and ride the shit out of it ok So, und finish him! Ist eingeschlafen. Ja, der ist hingefallen, ja. Ach, komm. Feuer? Ja. Feuer! Huh, das war knapp. Die Verteidigungswolke ist hier. Oh Mann ey, und da war ich so froh, dass sie tief haben können, ey. Feuer. Ja. Mhm. Oh ja. Hm. Okay, muss ich kurz was beschärfen. Oh wow. das war die letzte die ich überhaupt aber die katze gibt doch immer diese online platzern die nicht gut meinung macht die das weiss ich nicht weiss ich nicht angriffsbeugel ja 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 Dude, komm! Bring's it on! Yeha! Gotta sharpenen, while I can! Go! Go! Don't fail me now! Jetzt? Was für deine Brüder? Mhm, ich hab das raus. Ah ja, ja. Eine frische Luft! Verteidigung, bis hinten. Don't. Let's go. Oh nice, you're mine. Schau drauf. Ach, schade. Ja, zu kurz. Ah, ich hab den kleinen Stein da nicht anpacken. Dumm. Ärgerlich. Oh ja. Oh ja. Mess. Jetzt. Aua. Oh shit, oh shit, 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 shit. Oh doch, keine Guckermeilung voll angehettet. Jetzt. Okay, danke. Very kind of you. Pfff. Mist. Okay, voll zwartbeschärfen. Mhm. Ach Gott, mein Schwanz. Ach du, ne Jakob. Ach du, nech. Ach du mscherKS. Ach du mscher Elite-Huncher. Ch 1200. Ach du mscher Christ. Ach du mal. Ah, Schein-O-Boom Oh, ist hingefallen Okay, es haut ab War verschärfen Ich kann nichts gegen machen Ich kann die Furz-Kurte aktivieren, dann holt er sie Ich habe eine Gruppenhaltung Okay, danke Wow, Feuer Ach, schon wieder Feuer, ey Warum immer, wenn ich in der Luft will Hm, ja Ja Be careful Ja Schwenza, bye bye Sehr gut Äh, ja Helfer Lass mich in Ruhe Feuer, Feuer Das habe ich zu spät gesehen Betäubt Nice Fang wir Okay Falle setz ich Wo bist du? Komm her Nice Nein, nein, doch nicht nice Ist drin Okay, jetzt Goh Easy First Strike Easy peasy Du hast eine Geburt, ey Nice Gleich nochmal Uh, jetzt kann ich mir die Rüstung auch endlich angucken Ich bin gespannt Ich kann mir die Rüste Ja Können die alle angucken Ja Jetzt können wir sie angucken Hm Mal sehen Was Was Was